Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Sie wollen Taschen, Trikots oder Pullis einen individuellen Touch verleihen? Dann sind Sie bei Flockprint Jakob in Affing genau richtig. Der seit 1998 bestehende Familienbetrieb ist die erste Adresse für Textilveredelung jeglicher Art. Ob Beflockung von Freizeit und Arbeitskleidung, Aufbügeln von verschiedenen Mottos, Fotos und Logos oder Siebdruck. Kein Auftrag ist zu klein und kaum einer zu groß. Daher fertigt man sowohl Einzelstücke für Privatpersonen als auch Ausstattungen für Vereine und Firmen, individuell und ganz nach Ihren Wünschen. Stammkunden schätzen besonders die qualitative Arbeit, die fachkundige Beratung sowie das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Am besten Sie machen sich im großzügigen Showroom selbst ein Bild von der vielfältigen Auswahl und der erstklassigen Qualität. Flockprint Jakob – Ihr Partner für Flock, Druck, Textilhandel und Sportartikel. Empfohlen von der Firmen-TV-Redaktion.